An der Paris Airshow haben alle nur für eines Augen, den Airbus 380, das größte und effizienteste kommerzielle Flugzeug, das je gebaut wurde. Bei Boeing denkt man in etwas kleineren Maßstäben. Aus dem Innern der Atomstruktur, von Kohlenstoff selbst. Und beflügelt von den genialsten Fliegern der Natur, plant das Team ein völlig neues Flugzeug, inspiriert von den Legenden der Vergangenheit. Es wird die langen, dünnen Flügel eines Segelfliegers haben. Und die Widerstandskraft von Holz. Dazu die enorme Kraft eines Jägers. Ein riesengroßes Wagnis. Ein völlig neuartiger Weg, Flugzeuge zu bauen. Er heißt Dreamliner. Die künftigen Legenden der Lüfte sind startbereit. Willkommen an Bord, bei diesem unvergesslichen Abenteuer. Demnächst, in diesem Filmtheater. Werbwerb